Es steht ja wohl außer Frage, was wir jetzt machen, nicht, ne? Knallkörper! Knallkörper werden Wachen in der Nähe zu ihrer Position locken, wenn sie auch angezündet werden. Setzen Sie sie ein, um für Ablenkung zu sorgen oder um Wachen von bestimmten Orten wegzulocken. Drücken Sie Blah und dann Blah, um sie zu zünden. Silvester! Haben wir denn jetzt schon Silvester? What the fuck? Was war das denn jetzt schon? Was macht der, Alter? Ohne Witz! Was? Sonst zieht er sich doch an so einem Balken immer hoch, oder nicht? Oder täusche ich mich jetzt? Kenne ich das Spiel auf einmal nicht mehr, oder was? Ich weiß nicht, kann ja sein, dass ich das Spiel plötzlich nicht mehr kenne. Ach, er wirft die ja tatsächlich. Ich hab das gar nicht gesehen, Alter. Oh Gott, der soll vielleicht den Knallkörper werden. Aua! Mit einem Schuss, alle weghauen. Oh Gott, das war jetzt wirklich, äh... Oh Gott, das war jetzt wirklich, äh... Ich find's ja nach wie vor sehr mutig von diesen Wachen, sich immer unseren Assassinen gegenüberzustellen, alleine. Muss man ja schon mal respektieren. Das war's, verpiss dich. Okay. Kurz nachladen, bevor wir da reingehen. Haben wir Knallkörper eigentlich wieder? Ne, ist immer noch leer, oder? Boah, ihr kleinen Frauenschläger, ihr Schweine! Jetzt mach doch mal einen fertig, bevor du den anderen angreifst. Es reicht doch langsam. Das ist so ein Nelv-Töten, Alter, manchmal. Na, endlich. So. Es ist so oft, dass er immer einen, einen so anballert, ballert, ballert, äh, was heißt anballert? Drauf schlägt, drauf schlägt, drauf schlägt, aber mir jemanden wirklich tötet. Wo, 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 also... Puh, cooler Move. Leute, ihr könnt es mir wirklich glauben, wenn ich euch sage, es läuft echt nicht rund, der Dealz. Es läuft irgendwie nicht rund. Ihr seht es ja schon am optischen, aber auch am spielerischen. Es läuft da, was er echt nicht... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so ein großer Unterschied zwischen Ard Waller und Edward ist, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube nicht. So. Jetzt ist die Frage, wie jage ich das denn hoch? Ja, wie jage ich das hoch? Schimmel mir den Fass da hinten liegen, oder was? Boah, dankeschön. Ja, alles klar, wir müssen da sich so ein... Pulverfass da runterlegen. Da kommt. Da kommt... Lass mich bloß in Ruhe! Nicht, nicht, hast du nicht erwischt. Treffen tust du mich auch nicht, du Gurke. Ich hau ab. Wollte Stress! Ich hau ab. Wow, wow, pass auf Ado. Nein, 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 nein. Aufpassen, aufpassen. Jetzt haben wir wieder das, das mit dem Hochklettern. Oh fuck. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Jetzt lehnt er sich wieder an den Balken dran. Es ist... Kletter einfach! Kletter, kletter, kletter! Wir müssen das schnelles Signal geben, damit unsere Männer uns helfen. Wollt ihr in die Stunde, was wir? No, we delegieren Sie being Idioted. Nicht man. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Augustel, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Wirst du nicht im Hauptquartier gebraucht? Jemand anderes kann meinen Platz dort einnehmen. Doch wenn du von uns gehst, wer führt dann dieses Schiff? Bring es mir bei. Ei, werde ich. Doch du darfst mich nicht Käpt'n nennen. Du bist der Anführer dieser Männer. Doch du hast es dir verdient. Auf See bist du mein Kapitän. Du bist immer nach links. Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Woher weißt du so viel über das Meer? Ade. Ich war mein erstes Zuhause. Bukanier schenkten mir einen Blick auf die Freiheit. Und ich griff zu. Bereit zum Schießen, Käpt'n! Oh, shit. Ja, ganz knapp noch getroffen. Haut's weg. Ihre Waffen sind so stark für uns, Ade, ULF. Ach, Quatsch. Wo habe ich das denn in geballert? Na komm, ziel mal jetzt. Das ist die Verwundung, Herr. Höre nach Feuer! Ich, ich, ich ist, okay, ich ist ducken hier. Jetzt, jetzt, jetzt ducken! Na ja, komm, gar nicht bei uns, Ade. Ja, 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 ist ja gut jetzt. Scheiß mal jetzt auf Decken. Ich geb lieber noch einen Extraschuss rein. Komm. Oh, Mann, ich soll nicht so geizig sein. Ja, so sieht's aus. So. Was? Oh, Gott, ich wolle aufs Fass schießen. Oh, Gott, so. Franz, warte mal. Alter. Ich weiß, ihr seht es ja. Ihr seht es ja. Das ist alles irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht. Fehlerhaft. Ich hab den Eindruck, es ist teilweise einfach ein bisschen fehlerhaft. Ich hab den Eindruck, es ist teilweise einfach ein bisschen fehlerhaft. Also, das ist der Eindruck, dass er sich hier aufschneitet. Totales Chaos hier. Wie oft will ich denn noch ins Leere schlagen? Oh Mann, ey. Wir können uns doch gar nicht kommen sehen, ja. Es ist komisch, es ist echt komisch, mit Adewolle zu kämpfen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es an Adewolle so liegt. Dass man nicht mehr so geil kämpfen kann. Guck dir das mal an, wie der da rumzappelt. So, jetzt die letzten hier. Ich geh mal eben weiter, ja, das stört dich doch nicht. Wie viel ich meiner Crew verliere, ja, das ist so einfach. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Das ist so einfach.